Hallo miteinander zu einer weiteren Folge von Minecraft Let's Play. Wir sind da immer noch mit unserem Gewächsturm beschäftigt, wo zwar noch nur ein Getreideturm sein wird, aber nehmt doch langsam Formen an und die Decke sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Schreibt doch in Kommentar, was ihr davon haltet, wenn man die Decke mit Birkenholzbretter macht. Ich werde es sicher nicht ändern, wenn ihr jetzt sagt, es sieht wirklich wüst aus, aber es ist zu wunder, ob ich der Einzige bin, der das eigentlich wirklich noch relativ hübsch findet, oder ob ihr da meinen Geschmack teilen. Es sieht auch ein bisschen aus, wie zum Teil so eine alte Decke in gewissen Häusern, mit so einer Art Täfer oben durch. Sieht eigentlich recht ähnlich aus. Also in Hallen von so grösseren Gebäuden und das ist ein definitiv grösseres Gebäude. Jetzt, den lassen wir sogar hier. Ich habe zwar noch keine Fackel dabei, aber da, ja zwar der ist nicht schön mittig. Wie haben wir da überhaupt eine Mitte? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, das heisst, da ist die Mitte. Das heisst, wir montieren hier jetzt mal einen hin, vielleicht hier noch einen. Und ja, dann hat sich das dann eigentlich da schon drei Abstände. Ja, ja, lassen wir es so. Ähm, dass da einfach quasi Beleuchtung herkommt in der Mitte. Das da einigermassen hell ist da drin, auch wenn es dunkel ist. Und bereits schön ein Stack Birkenholzblätter verwallert. Und ja, ich sage jetzt momentan nicht allzu viel, weil ich das da möglichst schnell und möglichst ohne solche Sachen da erledigen möchte. Jetzt nehmen wir da wieder eins, zwei, drei, dann kommt da wieder ein Klotz, wo dann das Licht dran kommt. Und dann machen wir da als Abschluss quasi da noch ein paar Steine drin. So, dass da der Technikraum eigentlich komplett allein abgeschlossen ist. Jetzt wird es dann halt so ein wenig dunkel, wenn wir da das Dach drüber gezimmert haben. Ja, wenn wir da diese auch noch zu Birkenholzblätter verarbeiten. So, das wäre da jetzt momentan noch mal so das Räumchen. Könnte nachher mal eine mobile Werkbench herstellen. So. Ähm, wo wir dann immer wieder halt ein wenig mitnehmen, um schnell etwas zu machen. Wie beispielsweise jetzt die Türen. So. Und dann vielleicht noch schnell zwei Druckplatten. So. Das da oben und das da auch da oben. Ähm. Nein, das geht nicht. Und es wird schon wieder dunkel. Das heisst, wir bauen da jetzt unsere mobile Workbench ab und gehen rein. Der Mond ist nämlich schon wieder aufgegangen. Also, wir haben mit Dachbau ein wenig Zeit vergessen. Also, jetzt habe ich jetzt schon allzu viel gespawnt. Wir gehen mal direkt schlafen. Hauen wir uns aufs Ohr. Und dann, wenn wieder hell ist. Sagen wir schnell, ob ich da noch irgendwo ja, drei Kohlen. Zwei Kohlen. Ja, immerhin. Wir müssen schnell ein paar Fackeln herstellen. Sagen wir mal kurz mal. Jetzt kann ich durch das Räumchen. Dann haben wir ja da auf der hinteren Seite den Eingang zum Technikraum. Und dann haben wir ja hier auf der Hinterseite den Eingang zum Technikraum. Dann haben wir ja da auf der hinteren Seite den Eingang zum Technikraum. Ah Gott, da kann ich gar keine Druckplatten mehr setzen, es sei denn, ich mache es hier noch etwas edler, weil ich noch Steine habe. Ich baue hier noch ein kleines Portal. Wo er nämlich hier in den Technikerum hineinläuft. So. Druckplatten auf den Boden und gut ist. So, das macht natürlich hier überhaupt nichts, dass hier die Holz etwas angehuggelt wird nach oben. So. Und dann müssen wir da jetzt halt mit Erden das Ganze noch etwas optimieren. So, sieht doch das auch schon einmal so übel aus. Und dann geht es noch auf die andere Seite. Und auch hier. Und hier machen wir im Eingangsbereich einfach zwei Steine hin. Den Zaun hätte ich eigentlich nicht wollen. Oder die Türe hier einsetzen. Und dann auf die hinteren Seite Druckplatten. So. Funktioniert das auch. Und jetzt machen wir da. Unsere Deckenbeleuchtung her. So wie wir das gedacht haben da. Und dann können wir dann eigentlich schon. Unser Gewächsfeld beim Haus auflösen da unten. Das kommt dann weg. Und wird dann da rein integriert. So. Sieht doch eigentlich gar nicht einmal so schlecht aus. Da kommt dann die erste Reihe Gemüse drauf. Und es gibt immer eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Mal. Das reicht vorig. Also nicht so übertrieben. So riesige Anlagen erstellen. Das ist ja jetzt schon mehr als wir da haben. Beispielsweise. Das machen wir aber erst. In einer nächsten Folge. Ähm. In dieser Folge. Da gehen wir jetzt wieder einmal Schäfchen scheren. Weil es ja immer noch unser Ziel ist. Dann früher oder später einmal. Ein Farbiges Haus zu bauen. Und dafür brauchen wir viel, viel Wollen. Das Zuckerohr wäre eigentlich auch schon lange wieder gewachsen. So. Hallo miteinander, liebe Höfli. So. 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 Ich will gleich neu Wullen ansetzen und hier oben ist das Orangige Holländische, die ja uns zweimal in Schaf gehauen ist und ich weiß immer noch die Neue von seinen Artgenossen will scheinbar doch nicht weg, aber einfach ausserhalb vom Krieg sein. Moment, noch ein Blaus und dann noch ein Grünes. Noch mal ein Blaus und ich bin scheinbar, ja ich bin voll im Inventar, aber dann könnte ich noch einmal stecken und dann kann ich auch alle restlichen Wullen auflesen vom Boden. Ja, da war ein gelbes Schöfchen, auch schon wieder massiv. Schöfchen, die wieder Wullen angesehen haben und da hinten ist noch eins. Jetzt sind wir ja gleich wieder einmal fertig für den Moment. Ich gehe wieder hier mal zum ganzen Krieg aus. Ähm, haben wir das auch mal wieder erledigt. Rot, Rot, Grün und die ganzen anderen Farben auch und hier Blau ist wieder einmal ein bisschen gefüllter. Also hier auch schon. So, da habe ich alle weg, das ist einfach Stein. Jawohl, wir haben alles wieder ausgeräumt. Ja und jetzt sieht man doch da langsam schon die Farbe. Nimmt langsam zu in meiner Wullenkiste. Auch wenn ich immer wieder mal ein wenig Wullen brauche. Und jetzt würde ich sagen, lösen wir und fangen das Getreidefeld auf. So, da nehmen wir Wasser. Und vielleicht noch... Ja, nein, ein Eimer langt. Ein Eimer langt da wirklich. Ich gehe einfach wieder da hoch. Und lasse das Wasser über das Feld laufen. So, da nehmen wir einen auch noch. Oh, der war ja alles zu weit da hin. Und dann auf der anderen Seite schauen wir da auch noch zum Fenster raus. Das reicht noch nicht ganz für alles. Was lassen wir jetzt da über den Argan denn? Da geht es immer noch nicht. Da über den Argan. Hier scheinbar hätte die Ecke da einfach noch ein wenig geschwemmt. Hm? Das ist seltsam. Warum ich die Ecke da nicht wegnehmen will. Aber ja, wir kommen jetzt auch mal runter. Und sammeln das Ganze ein. Inklusive Rüebeli. So, die Rüebeli pflanzen wir natürlich da wieder an. Allerdings nur auf so kleinem Raum. Ja, ich glaube den Rest vom Feld lassen wir jetzt einfach mal noch noch stehen. So. So wie es halt gerade ist. Und da der wüste Erdhügel, die da ja auch etwas getrennt hat das Ganze. Dann bauen wir jetzt schon ab. Das brauchen wir nicht mehr. So. Rüebeli pflanzen wir natürlich weiterhin an. Ich könnte jetzt auch noch ein wenig Herdöpfel anpflanzen. Damit wir das irgendwann auch in den Turm verlegen können. Aber das ist ja schon ein bisschen viel. So. Schnappen wir uns da die zwölf Herdöpfel. Und da die zwei Rüebeli doch gerade auch noch. Wir bauen uns da noch mal raus. Bevor es wieder dunkel wird. Und dann ist es auch schon wieder Zeit, um die Folge zu beenden. Hier noch die Rüebeli abpflanzen. Von der anderen Seite her kommen wir jetzt mit den Herdöpfel. So. 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 Und dann haben wir das abpflanzt. Dann lassen wir das jetzt einfach mal von sich her wachsen. Dann gehen wir wieder rein. Und dem danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Hoffen wir sind beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es dann wieder heisst Let's Play Minecraft. Und bis dahin. Tschüss miteinander.